Jaaaaaaaaaaah! Hey! Überprüfen wir das linke obere Ventil, ja? Links oben. Ja? Was ist damit? Was damit ist? Lies die Zahlen vor, du Idiot! Wie soll ich da halt vorbeikommen, Mensch? Hey, überprüfen wir das linke, obere Ventil, ja? Link schoben. Was damit ist? Das gibt's doch nicht. Hey, überprüfen wir das linke, obere Ventil, ja? Link schoben. Ja, was ist damit? Was damit ist? Lies die Zahlen vor, du Idiot. 5, 3 und noch was. Was genau? 5, 3, 5, 3, 5, 0. Ja, ich bin hier schon mal raus. Und hoch hier, und hoch hier, und hopp. Gutes Argument, Mann. Und springen. Wo soll ich jetzt überhaupt hin? Nein. Oh, Unversteckung. Bist du verrückt? Wenn sie dich ohne Arbeitskleidung erwischen, wanderst du für drei Wochen in den Bunker. Ich lenke die Wangen ab und du nimmst die Beine in die Hand. Danke, Alkermann. Boss, Boss, mein linker Arm. Tut weh wie Sau. Ich glaube, es ist ein Herzanfall. Durchhalten, Charles. Ruf Dr. Tankredi. Jetzt meine Chance. Los. Nein. Appenibus aoi. Also gut, an die Arbeit. Ich hab die Uni vor. Nichts wie ab damit in die Station. Na, ich kann auch nicht mal laufen jetzt. Frische Wäsche für die Küche, Boss. Du spahlst mit der Wäsche um die Wette, was, Paxton? Mir nach. Geh da rein. Es wird Zeit, Häftling. Gib es her. Hol die Uniform wieder. Und dann können Sie über die booze. Hier wird es centimetem. Dass ich die Schätze ab und sicher bin. Durch die Müdkarte. Ich kann die Müdkarte auch in die Gefühle sein. Was ich hier? Gut, ich kann das jetzt nicht funktionieren. Ich kann das jetzt nehmen. Ich kann das jetzt nicht da führen. Dann starte ich da. Dann starte ich einen Watt. Dann starte ich das Mal. Ich kann das nicht nur Bitarren. Dann richtig. Ich kann das ja so offenig. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Dann pack das auch nicht. Dann pack das auch nicht. Dann starte ich das. Dann Ihre Masseue. Dannoc. Dann starte ich dann. Die wäsche bewegt sich weg Nein Die wäsche Wäsche Oh, ich muss auf die andere Seite, auf der anderen Seite lang. Ah, jetzt hat der mich gesehen. Oh, der Pisser. Er guckt direkt zu mir rüber, auch nicht schlecht. Nein! Jetzt wurde ich von ihm gesehen. Komm, geh weg da. Hopp. Yeah, ich bin hier raus. Hopp. Scheiße, hier ist zu. Nein! 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 Geh schon weg! Los! Mann, das gibt es doch nicht. Ich drehe gleich durch, ich drehe gleich durch. La, 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 la. Ja! 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 Ah, genau zu mir! Ja! 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 Ich will doch PS2! Und aus. Wo soll ich denn jetzt hier lang? Das weiß ich doch gar nicht. Ich hab keinen Plan, wo ich hin soll.